WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sie sind Podiumsteilnehmer, die uns ungemein freut, dass wir so ein prominentes Podium organisieren konnten. Jemand hat sogar schon Platz genommen, dann können wir gleich mit dir. Ich begrüsse ganz speziell die Grossrätin Simon Machado-Redmann, der Herr Regierungsrat Christoph Neuhaus, der Stadtpräsident Alexander Zschäpet und der Herr, der ganz intensiv am plaudern ist mit dem Herr Stadtpräsident, ist der Stadtratspräsident Claude Grosso. Vielleicht noch kurz zum Programm, wie wir das heute uns überlegten, wie wir es durchführen wollen. Wir werden jetzt kurz nach meiner Begrüssung einen Abriss geben über die Studien, die ihr hier seht. Wir werden den Wirtschaftsfaktor nachtlebenlich beleuchten. Das heisst, wir geben einen relativ umfangreichen Folientango, der dann ein paar Zahlen sieht, wie sich das Nachtleben hier monetär etc. wird bewegen. Um halb drei, beziehungsweise auch jetzt ein wenig später, wird dann ein entsprechendes Podium zum Nachtleben in Angriff genommen, den Tobias Habäcker entsprechend moderieren wird. Wir haben nachdem die Möglichkeit am 4. plus ou moins gibt es im Kapitel noch einen Bar- und Cocktailkurs, wo auch noch Leute, wenn sie jetzt also teilnehmen möchten, entsprechend können nur rüber verschieben. Man hat sich zwar mit unseren Namen anmelden, aber das ist kein Problem. Wir machen das sehr ad hoc. Ihr könnt entsprechend rübergehen, wenn euch das interessiert. Nebendran wird entsprechend die bekannte Club-Safari, die bereits im letzten Jahr auch so gegeben hat, stattfinden. Das heisst, man wird hier oben beim Bonsoir anfangen, kurz durch den Arbergegass schlendern und dann richtig rübergehen. Bierhüppeli, Dead End, ISC, Riju, wo man wirklich die Möglichkeit hat, entsprechend hinter die Kulissen von diesen Betrieben zu schauen. Am 6. Jahrzehnten würden wir dann hier offiziell ein Apera veranstalten. Hier wieder im Bonsoir, wo ihr euch entsprechend einfinden könnt und noch ein bisschen plaudern könnt. Ah ja, was ich vergessen habe, am 4. Jahrzehnten, für die Leute, die nicht rausgehen, logischerweise haben wir hier entsprechend den sogenannten Bookpunkt oder Punkt pro Nachtleben, wo wir mit uns, den Vertretern der Bar- und Club-Kommissionen oder auch von ProNachtleben entsprechend Diskussionen führen können. Wir haben RayfitSafe, wo ihr euch ein bisschen über die Hintergründe von der Drogenprävention entsprechend Informationen geben könnt. Das wären so die Themen, die hier heute am Nachmittag stattfinden würden. Merci vielmals. Auch von meiner Seite her und von der Bar- und Club-Kommission herzlich willkommen. Super cool, es sind so viele gekommen. Den Gleichwohl, dass es so ein schöner Tag ist. Wir juffeln gerade. Wir lassen alle Floskeln raus, weil wir haben noch 5 Minuten für eine Wirtschaftlichkeitsstudie. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen pressieren. Ich bin tippsen, weil jetzt natürlich nichts mehr geht da zum Drücken. Und würde Remo ein bisschen führen lassen. Und ich melde mich da dazwischen von Seiten Nachtlebenbetreiber. Richtig. Genau, wir haben das so gemacht, dass wir das zwei Untersprecher werden durchführen. Um was? Es geht eigentlich ganz kurz ein Abriss. Es geht eigentlich darum, so ein bisschen ein Gespür hinzugeben, ein Gespür hinzugeben, ein Gespür hinzugeben zu verschaffen. Was verbiegt sich eigentlich hinter dem Nachtleben genau? Was für Betriebe? Wir haben Betriebe angeschaut mit generell einer Überzeitbewilligung. Das ist ein relatives Mischmasse da dringend. Wir werden es entsprechend ja auch sehen. Das ist eine kleine Fakten-Schlacht. Wir werden einfach dazu jeweils immer die Informationen geben, was unsere Einschätzung ist zu den Ergebnissen. Ihr seht es an der Slide. Ich werde sie schon gleich ausführen. Wir haben 102 Betriebe angeschrieben. Das war Stand Juli 2014, wo entsprechende generelle Überzeitbewilligungen hatten. Davon haben 61 Betriebe teilgenommen. 50 von denen konnten wir auswerten. Wir sehen es, es ist ein bisschen unterschiedlich entsprechend von den Antworten gegeben. Es konnten natürlich auch nicht alle zu den jeweiligen Fragestellungen von Umfänglern eine Antwort geben. Aber wir hatten trotzdem das Gefühl, dass wir eine sehr gute Übersicht hier haben und einen wunderbaren Abriss geben können, wie sich das Nachtleben auf dem wirtschaftlichen Sektor entsprechend darstellt. Ja, das ist ein super, Jorgo. Merci vielmals. Das ist schon Pirat. Genau, der Pirat, der kann das mit dem Computer. Hier haben wir auf dem Slide eine kleine Übersicht, wie es sich die Clubs entsprechend so schliessen. Ihr seht, der Löwen-ATL 60% von der Lokalitäten schliessen zwischen halb und eins und halb und vier und doch noch ein Viertel hinterher sind die Lokale, die dort auch noch etwas länger wollen, den Schuppen noch offen haben, wie z.B. hier im Bonzo, wo wir uns befinden, wo wir uns um die Fünfe normalerweise etwas leichter abdunkeln lassen. Hier, jawohl. Jawohl, ja. Genau. Ihr seht es ja, es hat es vorhin schon angetönt. Wenn wir von Nachtleben sprechen, dann wird es relativ rasch. Dann sprechen wir immer nur von den Clubs, dass die im Untergrund so wahnsinnig viel Lärm machen. Es ist nicht ganz so. Ihr seht es. Ein Löwen-Anteil, sind ja Bars und Restaurants, die sich entsprechend dort drin verteilen. Und es sind doch nicht so viele Clubs, wie man sich entsprechend vorgestellt hat. Also es ist eine relativ sehr breit gefächerte Thematik. Wir wollten nachher entsprechend noch wissen, was wird so für Musik in diesen Lokalitäten gespielt. Und dort logischerweise ist nicht überraschend das Ergebnis, dass es eine sehr breit gefächerte Geschichte ist. Es fokussiert sich relativ stark, aber nachher auf den Pop und auch auf den elektronischen Bereich, das sind sicher mehr von den Clubs. Aber trotzdem relativ einen umfassenden Bereich von fast 50%, die sich im sehr breit darstellen. Das heisst Jazz, Blues, Soul, Funk, all diese sind ja auch die Themen, die sich dort unter Sonstiges entsprechend abhandeln. Vielleicht muss man noch sagen, es sind Mehrfachnennungen möglich. Genau. Wenn man es addieren würde, gäbe es nicht 100%. Ja, das ist bei den meisten Fragen so. Ihr seht so, bei den nächsten logischerweise. Also wenn ihr vielleicht anfangen zu kumulieren und sagen, ich kann nicht mal auf 100 zählen, ja, so ist es nicht. Also die Damen und Herren von der Uni-Bände haben dort sehr seriöse Arbeit geleistet. Ein wichtiger Punkt sicher hier, was ist die Zielgruppen? Es war die Frage von den Betrieben, die man angeschrieben hat. Und da sieht man relativ stark, dass sich das alles eigentlich sehr stark auf die Gemeinde Bern und die Agglomeration, aber auch auf den Kanton Bern fokussiert. Das heisst, es ist eine sehr, sehr regionale Verankerung, die man entsprechend anspricht. Ihr werdet es ja auch nach hinten sehen, von der ganzen Wertschöpfung wird es sich eigentlich gleich darstellen. Also der Fokus ist ganz klar Stadt, Agglo und erweitert den Kanton Bern. Dort geht es eigentlich weiter. Dort ist es darum gegangen, wo sehen die Lokalitäten entsprechende Wachstumsmöglichkeiten. Logischerweise, wenn sie dort wachsen, wo sie finden, dort wollen wir auch Zielgruppen ansprechen. Deswegen ist es nicht so wahnsinnig überraschend, dass es in der Gemeinde, die Agglo-Bern ist, das ist also der Fokus. Wir sind hier nicht so wahnsinnig international oder schweizweit ausgerichtet, sondern wir sehen das Potenzial logischerweise vor Ort hier in der Stadt oder in der weiteren Agglomeration. Das Hauptpublikum, das darauf ansprechen, ist klar, das ist primär über 21-Jährige. Das nickt irgendwie überraschend, auch hierin bekommt man auch nicht unter 21-Jährige, gell, Bobby? Ja, das ist ein Mythos. Nein, ab 20 eigentlich grundsätzlich. Oh, ab 20, exkwisse. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so, als wenn man ein bisschen älter wird, man halt einfach auch nicht mehr so viel in Ausgang geht. Das ist mein Grundsatz. Genau. Die Jappen geben natürlich immer noch in Ausgang. Braucht auch der Ausreise, da sind wir immer froh. Das ist gut. Gut. Für uns, dass ihr noch so ein bisschen ein Gespür bekommen, von was für Betriebe, von der Grösse her, man da eigentlich redet, wir sehen es entsprechend, es haben sehr, sehr viele Betriebe mitgemacht bei dieser Umfrage, die unter 300 Personen fassen können. Bei der Gesamtkapazität, wenn man dann weiter rauf schaut, in der Skala, ist es sicher so zwischen 300 und 500 haben wir noch. Und dann gibt es auch ein paar ganz grosse, zwischen 1'000 und 1'300. Aber das ist ganz klar, Bern hat halt nicht so ein Fassungsvermögen, wie viele, dass sich die Leute vorstellen können. Bobby, wie viele gehen in das Bonsoir rein, wenn wirklich der Schuppen voll ist? im Bonsoir haben wir fürpolizeilich 350 Lippen, weil wir 350 Lippen, sehr gut. Fürpolizeilich, jawohl, sind 350 Lippen. Er hat doch sehr gut geäussert, der Rebeller, der weiss, wie man das machen muss. Ein Grossteil von den Betrieben, die Gesäte, haben mehr als 500 Gäste pro Woche, mitgemacht. Dort haben 38, 37 Prozent von den Betrieben mitgemacht, bei dieser Frage. Das heisst, die ist aus meiner Sicht sehr belastbar. Es zeigt ein gutes Bild auf, was wir so den Durchlauf haben in den Lokalen. Ich denke, es sind dort sehr, sehr viele Gäste, die sich per Woche, in den Lokalitäten entsprechend einsammeln. Jetzt kommt aus unserer Sicht einer von den absoluten Highlights dieser ganzen Studie. Nämlich, man hat versucht, auf dieser Basis, so gut, dass es nun halt einfach mal geht, die ganze Thematik ein bisschen hoch zu rechnen. Dort ist man auf doch sehr interessante Zahlen gekommen, dass man Gesamtkapazität im Berner Nachtleben pro Abend etwa bei 25'000 Personen hat. Wir hatten etwa von knapp 5,5 Millionen, die sich im Jahr 2013 in all diesen Lokalitäten mal eingefunden haben, sei es in einer Bar, sei es in einem Club oder sei es auch in einem Restaurant mit einer entsprechenden Überzeitbewilligung. Das heisst, es ist nicht einfach eine kleine Nische, ein kleiner Nischenbetrieb, der hier ist. Das Nachtleben hat Gewicht, ich denke, das ist die Kernussage von unserer Seite, dass wir doch ein wichtiger Player sind hier und nicht da vernachlässigt werden. Kapazität pro Nacht, ist das Kapazität oder Besucher oder ist das für die 7-Nächte-Rechte? Das ist Kapazität, die sich aus den fürpolizeilichen Fassungsvermögen von all diesen Lokalen schliess. Dass man etwa für 25'000 Platz hat. Erstabend. Nein, das ist einfach auf das Mal, pro Abend. Genau. Gut, dann wollten wir natürlich auch noch ein bisschen wissen, wie es dann so bei der Wirtschaft ausgesehen, das heisst, im Umsatz, in den ganzen Kosten und Erlösen. Dort ist klar, es ist manchmal ein bisschen schwer, es hat nicht so viel betrieben, entsprechend kann er ein Feedback geben. Von diesen 50 sind es eingegangen, es sind 27 entsprechend, wenn es um den Gesamtumsatz gegangen ist, haben uns eine Antwort gegeben. Wir sehen trotzdem, dass es eine umfangreiche Geschichte ist. Es sind etwa 20% zwischen 1.1 und 1.5 Millionen und so der Grosse Range eigentlich betrifft sich so zwischen 200'000 bis knapp 700'000 befinden. Also es sind ja doch stadtliche Zahlen dort. Eine weitere aus unserer Sicht absolute Kernussage treffen wir dann hier. Wir haben die ganzen Umsätze entsprechend nachher hochgerechnet worden. Das heisst, wir rechnen etwa so mit Blüse und um die 150 Millionen, die im Jahr 2013 Berner Nachtleben umgesetzt wurden. Wenn man das ein bisschen in eine Grössenordnung stellen möchte, das ist etwa eineinhalb hat mal so viel wie das Warenhaus Löb im ganzen Jahr Umsatz generiert. Also ich glaube, da muss man sich nicht verstecken, das ist doch ein rechter Player wo der das Nachtleben entsprechend ist. Und wie das ist bei Berner Tümer, die sind doch da gleich noch ein bisschen zurück. Sie haben ja nur rund ein Drittel mitgemacht von den Leuten. Das war alles anonym. Wir wissen nicht, wie viele grosse oder kleine das da noch fehlen. Und je nachdem kann sich dann halt die Zahl schon noch relativieren. Aber vielleicht im Vergleich zu Zürich. Zürich hat eine gleiche Nachtleben, also eine Wirtschaftlichkeitsstudie gemacht und die sind auf einer Wertschöpfung von etwa 380 Millionen gekommen. Also von dem her wird sich das schon etwa angehalten, ungefähr, dass das stimmt. Aber man muss ein bisschen mit Vorsicht geniessen. es sind hochrechniger, das ist ganz klar. Sie können nicht irgendwie das Gefühl haben, das ist genau auf 1.158 Millionen. Aber ich denke, für eine grössere Ordnung, dass man es einschätzen kann, ist mir aus unserer Sicht doch belastbar. Nichts überraschend ist es so, dass ein sehr hoher Anteil der Umsätze natürlich nach dem halben 1 entsprechend gemacht werden. Deswegen ist es immer auch so wichtig, dass man entsprechende Überzeitbewegungen bekommt und sich eben auch in Nacht tummeln und in Nacht auf Getränke ausschenken oder Eintritte einnehmen oder was auch immer oder einfach eine Veranstaltung durchführen. Das ist sicher ein essenziell. Ihr seht, der grösste Anteil ist sicher gastronomisch. Also 85% werden über Gastronomieerlöse eingeführt. Nur ein ganz kleiner Anteil sind Eintritte oder sonstige Erlöse. Also der Bärenanteil hier sicher muss man für die ganzen Aussen alles, was dort hinten über die Ecke läuft. Das ist dort, wo die Bars, Restaurants und Clubs entsprechend Geld damit verdienen. Nichts Vernachlässigen ist sicher, was für Leute entsprechend in dem Nachtleben angestellt sind und wer dort arbeitet. Also es sind einen sehr hohen Anteil von Leuten arbeiten Teilzeit. Aus meiner Sicht sehr wichtig dort sei es für Studenten oder Leute, die sehr klein pensum arbeiten, die hier sehr wichtig integrieren in Arbeitsprozesse und Erfahrungen sammeln. Bei euch ist das auch so, wenn ich hier durchgehe, sehe ich viele junge Leute entsprechend arbeiten, die nebenbei noch studieren. Das ist extrem wichtig, es nimmt immer mehr ab, dass man heutzutage nicht mehr so wahnsinnig kleine pensum fahren kann. Das ist sehr wichtig, dass man die Möglichkeit im Nachtleben zur Verfügung stellt. Du hast mir nur mal gesagt, Bobby, bei euch lernen sie mal richtig bügeln, die Studie, weil sie erst mal richtig an die Ecke müssen. Ja, sie lernen bügeln und mit Leuten reden. Ich glaube, das lernt man in einem Vorlässungssaal nicht. Das ist schon ein Vorteil. Da gebe ich dir recht. Genau, das alimentiert sich so, dass man nicht ab 24 Mitarbeiter im Betrieb hat, das heisst, das sind knapp 2500 Köpfe, die man davon hat und ca. 1400 Vollzeit Äquivalent, also etwa 1400 Leute, die vollempfänglich im Nachtleben tätig sind. Wenn wir noch zum Schluss langsam kommen und noch ein bisschen in die ganze Kostenstruktur hineinschauen, wo entsprechend die Lokalitäten und ihre Kosten auslösen, dann sieht man stark, dass es halt auch wieder wie eigentlich das Zielpublikum ist, tut sich es hier genau gleich wieder darstellt. Man ist sehr stark in der Gemeinde oder im Kanton Bern zu Hause, wo man versucht, dort auf lokale Produkte zu einschießen und dort die ganzen Kosten auslöst. Es sind die Löwenanteile, ihr seht es, nur sehr wenig wird ausserhalb vom Kanton Bern generiert. Wettbewerbsintensität, also das ist so wie die Leute einschätzen, wie es so in Zukunft geht, wie sich so der Markt entsprechend wird bewegen. Dort ist das Feedback, das man bekommen hat, dass es doch immer mehr Druck wird geben in diesem Bereich. Ich denke, man sieht es, die Verdrängung ist einfach da, der Markt wächst nicht gigantisch ist und das ist auch das, was ich so wahrnehme, wenn man durch die Stadt läuft, ob von Restaurantbetrieben oder auch von den Clubs, ich denke, das ist nicht ein so einfaches Business, das muss man sich wirklich sagen, dort wird es sicherlich auch zunehmen und die ganze Intensität wird noch steigen. Zum Abschluss haben wir noch Themen wie Einflussfaktoren, die entsprechend bewertet sind wurden, die wir zwischen 1 und 7 können angeben, was dann so in der letzten Zeit, das hat in der Vergangenheit, von den letzten drei Jahren, was es Zukunft gibt, wo man so ein bisschen Probleme sieht, die auf die ganzen Lokale zurückgelassen und dort schlagt ganz klar das Thema der Bauordnung oder den Bewilligungsverfahren nach wie vor. In der Bauordnung haben sie sich ein bisschen reduziert, aber auch nach wie vor den Nichtraucherschutz, das ein Thema ist, wo die ganzen Lokale dort entsprechend immer noch sehr stark beschäftigt und wo sie ein bisschen Respekt davor haben. Last but not least ist eine SWOT-Analyse erarbeitet worden, wo so ein bisschen die Stärke-Schwäche die Chancen und Gefahren zeigen von diesem Gebiet. Sicher, wo man Stärchen hat, man ist gut vernetzt, man hat Möglichkeiten vom Umsatzwachstum, Schwächen, das sind halt so die Schliesszeiten, Gewinnen, die immer so ein bisschen, es ist ein Herz-Business, wir haben gesagt, man hat eine relativ hohe Mitarbeiter- Fluktuation, die natürlich durch die Situation bedingt ist, wie man es vorhin gesagt hat, wenn man auch viele Studenten beschäftigt, dann ist das klar, die werden irgendwann aus diesem Business raus. Aber man hat relativ viele Chancen, also man sagt, man hat Wachstumsmöglichkeiten, der Wettbewerb ist gegeben, Gefahren, sage ich so ein bisschen, wir haben das vorige, die Einflussfaktoren schon betont, sein Bewegungsverfahren, Schwierigkeiten von einem Standortwechsel, oder auch so, wie man es so schön betriebswirtschaftlich sagt, die Macht der Lieferanten, ich denke, das ist halt einfach in diesem Business wirklich gegeben, dass zum Beispiel ein Getränkelieferanten wechselt, nicht ganz so einfach vonstatten geht. Ja, nein, es leid, aber den lassen wir sonst noch sein. Das wären einfach noch die Handlungsempfehlungen, aber ich glaube, das... Ja, da handeln wir. Ich habe jetzt extra nicht so viel gesagt, weil wir, glaube, direkt ins Podium würde überstechen, da Zeit trennt. Merci vielmals, wir gehören dich noch einmal, glaube ich. Genau, super, ich möchte jetzt... Ich gebe es hinterher, genau. Tobias Habäcker übergeben. Grüß euch, meine Damen. Schön, seit ihr gekommen seid. Gleich noch ein paar Leute gekommen. Ja, ich würde... Also ich habe mit dem Schluss noch die Möglichkeit, über Fragen zu stellen. Am Schluss von diesem Gespräch würde ich das Gespräch gerne anfangen mit einer Vorstellungsrunde und ich gebe es zu, meine Einstiegsfrage ist geklaut. Alexander Zschäpett, wer seid ihr? Gut, das Auslaufmodell als Stadtpräsident, ansonsten kenne ich das Nachtleben, früher ein bisschen besser, jetzt bin ich ein bisschen älter und die Fusse ein bisschen länger. Was soll ich schon noch sagen? Zuständig für alles, was schlecht läuft in der Stadt. Wenn es gut läuft, hat es den genügend Politiker, die es für sich reklamieren, aber für alles andere bin ich nicht schuld. Das habe ich gut wollen fragen, wenn ihr es nicht selber gesagt habt. Wie fühlt man sich als öffentlicher Papierkort? Ja gut, das ist mir ja nicht nicht nur, also muss man jetzt fairerweise sagen, ich habe es vorhin gedacht, wenn ich die Zahl angesehen habe, Zürich hat 380 Millionen Umsatz, Nachtleben, Bern 158, also halb so viel. Jetzt müsst ihr doch mir nicht erzählen, wir leben nicht in einer geilen Stadt, die offenbar, bei bedeutend, kleinerem Einzugsgebiet, offenbar ein ähnlich grosses, oder sogar ein verhältnismass, proportional grösseres Nachtleben hat. Also so schlimm kann es nicht sein, entweder stimmen wir Zahlen nicht, oder wir machen uns und es ist mehr viel schlechter als wir sind. Und ansonsten, wir sind nicht nur Küderküppel, wir haben Freude, oder wir haben zwar, man kommt zum Beispiel bei Ritzschul, wenn wir im Nachtleben sind, kommt man Brügel rüber, beim Geringsten, was passiert, das Lob überkommst du nicht, aber wenn du einen Abend dort bist und siehst, wie die Leute Party feiern, wie sie friedlich miteinander umgehen können, dann musst du sagen, dann nimmst du den Brügel halt zwischendurch auf, weil das, was Freude macht, fängt eben am Schluss mehr. Das Gefühl, da wird sicher noch einiges dazu gesagt, zu dem, was der Herr Zschäbett jetzt gesagt hat. Simon, Marcado, Redmann, wer seid ihr? Also, meinen Namen, den haben wir jetzt gehört, ich bin neue Grossratin, ich wohne in der Stadt Bern, seit immer mit der Ausnahme von ein paar Auslanden zu enthalten. Ihr seid mal eine Regierungsstadthalterin werden und hat Herr Lerch gefordert und haben dort auch geworben mit, ein bisschen überspitzt formuliert, ihr macht es den bezüglich Nachtleben besser als er. Könnt ihr schnell ein, zwei Sachen sagen, die ihr euch besser gemacht habt? Ja, ich hätte, wenn es immer möglich ist, wenn ich einen Messungsspielraum habe, dann hätte ich das öffentliche Interesse vom Nachtleben höher gewichtet als das Ruhebedürfnis von Nachbarn. Vielleicht wird ja später Herr Neuhaus noch etwas dazu sagen, ob das so einfach möglich ist. Zuerst Bobby Bähler, wer seid ihr? Ja, das ist wirklich hekelige Frage, ich habe eine Menti, ist die ja mühsam. Ich bin Geschäftsführer vom Club Bonsoir, grundsätzlich, bin im Nachtleben Grossvar, die Hälfte von meinem Besitzungenleben habe ich eigentlich im Evento Nachtleben verbracht. Dementsprechend bin ich sehr verbunden, habe dann durch ganz viele, ja, zuerst mühsame Diskussionen, eigentlich jetzt so ein bisschen zu diesem politischen Lösungsfindungsweg gefunden und bin nur ein halber Jurist geworden, weil wir ein Lärmklagener hatten und hat sich alles verändert in den letzten fünf Jahren. Aber ja, grundsätzlich Nachtleben. Man kann als Nachtleben Betreiber, Veranstalter selber auch noch E-Ausgang ins Nachtleben geniessen. Ja, selbstverständlich ist eigentlich nicht mehr ganz gleich. Es ist ja der zweitbestklub in der Stadt Bern. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich nicht hier bin, dann gehe ich ins Kapitel. Christoph Neuhaus, wer seid ihr? Ich bin der Kantonsvertreterin, also die Lust- oder Spassbremse, wie man gehört in den Medien, wobei das so nicht stimmt, da kommen wir später darauf zurück. Ich bin hier nicht als Külchendirektor heute, weil sonst würde es am Tag gar nichts laufen, oder immer zumindest am Sonntag, sondern als Planungsdirektor, als Gemeinsdirektor, Zustand für Planung, auf der einen Seite Kantonalsjugendamt in Bezug, also der Jugendschutz, Handelsregister, wenn das ein GmbH ist, ist das entsprechend eingetragen. Das zum Geschäftlichen habe ich mich versucht, zurückzuerinnern. Das Taunis ist glaube ich mal da drin gewesen, aber das ist schon länger her, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, weil ich bin bis zwei, vier in Bern gewohnt, zuletzt an der Herregasse, im ersten Stock, und dann bekomme ich auch vom Nachtleben das eine oder andere mit, oder Reingangstür, wenn es dumm geht, in dem Sinn, und mein Nachtleben beschränkt sich jetzt auf gut neun Monate alt, Kül, der ab und zu Nachtleben macht, aber sonst habe ich nicht groß Lust, auszugehen, wie etwa 60 Stunden arbeitsmässig unterwegs, bei der Woche, vor allem, wo ich sonst viele Abendveranstaltungen habe, da muss ich dann nicht noch irgendwo auf die Piste gehen. Ich glaube, ich könnte eine Lobby gründen, ich würde die nie wegbringen, aber im Nachtleben reicht manchmal eine Person für den Lärm wegzubringen, wieso die Diskrepanz? Ja, da haben wir schon Differenz, sie schlafen sehr gut, ob es ein Nachtlärm ist oder eine entsprechende Küchenglocke, wenn man euch, Herr Abecker, neben so einem Club hat, hat man Probleme, weil sie dann zwar noch jung, aber wenn ihr nicht mehr so Verständnis habt, dann werdet ihr Einsprachen machen und entsprechend auf die Pau gehauen, das gutes Beispiel von jemandem, der lärmempfindlich ist und ich als Regierungsrat muss es natürlich auch für euch schauen, würde sehr gerne auch für euch schauen und wenn ihr natürlich kommt, dann seid ihr einer von denen, der den Club wahrscheinlich Probleme macht. Wir können ja später darüber schauen, ob es da ein subjektives Lärmempfinden gibt bei Kirchen. Zuerst die Frage an Claude Groschow, wer seid ihr? Ja, ich habe heute mehrere Hüten an, einerseits gehe ich seit über 25 Jahren in Ausgang und das schwerpunktmässig in Bern, dann auf der anderen Seite bin ich Stadtratspräsident, das heisst, ich tue den Leuten primär das Wort erteile und nicht selber rede, darum bin ich froh, kann ich heute Abend oder heute Nachmittag wieder mal selber etwas sagen. Ich stelle ein Wort zu dem, im Berner Stadtrat, da gehört man ja immer ein bisschen, also das wird ein bisschen wie ein Hühnerhauf, jeder macht, was er will, wie ist das wirklich? Ich versuche, dass es nicht so ist, dass alle machen, was sie wollen. Das versucht doch jeder, jedes Jahr, wie arbeitet ihr das? Bis jetzt ist es mir relativ gut gelungen, bis zur letzten Sitzung habe ich mich geräumt, dass wir jetzt noch nie mehr nach dem Gemeinderat geredet haben, aber dann ist natürlich usuals Aspekt, Gaffner, ist natürlich geredet und an sich anwende, dass ich das nur zulassen, wenn man persönlich angesprochen ist, da haben wir schon einen Fall gehabt, der Herr Stadtpräsident versus Henri-Charles Börschat, er hat sich dort zurückgehalten. Ich habe auch Beobachtung gemacht, dass manchmal nach der Sitzungspause ein bisschen schwieriger ist, weil dann doch in der Sitzungspause das eine oder andere Glas Wein getrunken worden ist. Wir tun das künftig auch bei Traktandierung berücksichtigen, Reglement vor der Pause ist glaube ich sinnvoll als nach der Pause. Ich bin inzwischen wieder liiert und am Anfang war das eine Distanzbeziehung, darum bin ich in Bern noch nicht mehr so viel im Ausgang gewesen. Also Sie haben Sie in dem Fall nicht im Berner Nachtleben lernen können? Nein, ich habe Sie in dem Berner Nachtleben lernen können an einer Konferenz, ganz bitter. Nicht beim Wandern. Nicht beim Wandern. Aber was ich noch habe ich sagen wollte, ich wohne auch und nach wie vor in der Altstadt und also die ist mir schon ziemlich mitten im Nachtleben und ich bin ja immer ein grosser Befürworter für viel Toleranz, aber ich muss noch ehrlich sagen, wenn ich manchmal am Morgen um zwei, wenn ich die Band getroffen habe, immer noch ein riesiges Gemüge gehört habe, dann denke ich, ich habe schon, ich kann die Leute nicht einfach normal miteinander reden, aber es wäre für mich eine Grundmassnahme zu greifen. Ihr habt ein Widerschitat gesagt, das Ausgangsangebot in Bern ist unter einer Grenze. Berlin wäre da schon besser. Jetzt kann ich mal den Bobby Berler fragen, stimmt das? Ist das Ausgangsangebot in Berner unter einer Grenze? Ich bin ein Verfechter von dem, was die Leute sagen, Bern ist langweilig oder es gibt, das stimmt überhaupt nicht. Für eine Stadt in dieser Grösse, mit zu viel Einwohnern, wenn man das in Europa mal anschaut, muss man eine WIKA suchen, dass man so viele Clubs, Konzerte, internationale Ägden und so weiter findet. Aber es ist immer eine Frage von Abwechslung. Ich glaube, man muss das extrem berücksichtigen. Zum Beispiel das Bonzoir ist sechsjährig. Ich glaube, da haben Leute fünf Jahre hierin verbracht, jedes Wochenende, wo viel zu uns kam, wieder klar da. Das war sehr häufig und dann ist man an einem Punkt langweilig. Man sagt, die Mindesthalbbarkeitszeit eines Clubs ist bei drei Jahren umeinander und dann muss man schauen, was man jetzt genau macht. Das ist mehr der Punkt. Es muss einen Wechsel geben, eine Wegeung in dem Markt und das ist sehr schwierig, weil es immer mit Standort und Locations verbunden ist, grossen Mieten, Rieseninvestitionen. Aber was ich wirklich nie würde sagen, ist, dass Bern langweilig ist. Wenn man will, dann findet man etwas, was ihm gefällt. Ich weiss den Kontext nicht mehr von diesem Zitat. Aber ich würde sagen, inzwischen bin ich auch sehr stark auf die Welt gekommen, wenn ich es dann so gesagt habe. Ich durfte das Nachtleben in Luxemburg, in Saarbrücken, vor allem Saarbrücken, deutlich grösser als Bern und also look and feel von Leis oder Münsingen. Also inzwischen würde ich sagen, Bern ist extrem gut aufgestellt, wenn man es an der Grösse der Stadt misst. Mir wird es gegen Wälder hin, das muss ich euch sagen. Langsam hat er es auch begriffen. Also wir haben ein Problem in der Stadt, wir haben ja eher ein Überangebot als das Gegenteil. Wir haben rund 220 Kulturveranstaltungen pro Woche und die schlusslich zum Teil untereinander. Also Vernissagen am gleichen Abend oder Galerien, die am gleichen Abend eröffnen und so weiter. Also wir haben dort schon ein Problem. Wir haben auch ein Koordinationsproblem. Zum Teil ist es nicht abgesprochen, es ist nicht aufeinander abgestimmt. Stadttheater macht Premiere wie nebeneinander ohne grosse Fuhr loslassen. Ich denke, das ist mal das eine Problem. Und das zweite ist der Vergleich. Es ist halt irgendwie ein bisschen müssig. Vergleiche doch Apfel mit Apfeln. Wir sind eine Stadt von 140'000 Einwohnern. Wir gehen auf Deutschland, eine Stadt mit 140'000 Einwohnern, anschauen. So im Ruhrpott. Zwei Tönerstämme. Irgendwo ins Kino-Vesquad. Das ist etwa ein bisschen das Nachtleben. Wir vergleichen uns mit Amsterdam, mit New York, mit Berlin. Das sind vier Berliner. Vier Millionen Stadt, mit 140'000 Einwohnern. Aber ich muss sagen, einen Sonntagabend in Paris, wenn Paris ein bisschen käme, dann müsst ihr nicht meinen, da fliegen eine Konzerte um die Ohren und sie sagen, hier nur Charles-Asna-Wurst die ganze Nacht rumhängen. Sondern dann müsst ihr die Events auch suchen. Es ist nicht so, dass sie in anderen Städten einfach die Post abgeben. Es ist natürlich so, dass sie in anderen Städten bei vier Millionen ein ganz anderes Gastro- und Club-Leben haben, weil du natürlich auch viel mehr Abnehmer hast. Aber du hast auch mehr Leute, die konsumieren. Von dort her denke ich mir, wir müssten uns auch im Nachtleben nicht noch schlechter machen, als wir sind. Ihr seht, ist es ein bisschen so wie der Retonalse. Ihr Gemeinratskollege, der auch ein Zitat zur Qualität des Nachtlebes hat gemacht, sagte, Bern hat die attraktivste Ausgämmeile nördlich vom Mailand. Ja gut, so wie ging ich jetzt nicht. Vor allem würde ich, das weiss ich nicht genau, aber vor allem würde ich, wenn ich der Retonalse, wäre er nicht immer über die Eidschule so hart zu sein. Und die findet ihr, die könnte man eigentlich fast zumutun. Dabei muss ich dann wieder sagen, wir werden sicher noch darauf zurückkommen. Ab 21 seid ihr in diesen Club-Leben, mehr oder weniger, zum Teil sogar noch später, oder erwünscht. Aber wenn ich heute das Nachtleben von den Jungen heute anschaue, die wollen ab 14, wollen die Unterleute, die wollen nicht mehr im Kirchgemeindehaus zusammen Monopoly spielen, sondern die wollen, es ist ja so, die haben wir ab 11, wenn ich zum Beispiel am Anliegen, waschen die die Haare und dann gehen die langsam Richtung Bahnhof, oder? Und dann muss ich sagen, das ist auch eines von den Problemen, die wir haben, nämlich Jugendliche unter 21, die vielleicht noch in die Schuhe, die vielleicht nicht so Stutz sind, die natürlich in den Wertschöpfungen von 158 Millionen eben nicht die attraktiven Kunden sind, auch denen muss man etwas bieten, und das ist relativ schwierig und dort bin ich an und für sich einverstanden, dort ist ja von mir aus das Gemeinwesen gefordert, ansonsten sage ich, die freie Marktwirtschaft ist ja auch im Clubwesen und im Gastrowesen spielen, da braucht es eigentlich sonst nicht Interventionen vom Staat. Wie beobachten wir eigentlich die Nachtlebendebatte der Stadt Bern aus Sicht vom Kanton? Vielleicht in der Regierung, wie wirkt das auf euch? Also wir haben viel anders zu tun, ich beobachte das in dem Sinne nicht so, ich habe einfach so zwei Anknüpfungspunkten, meine Frau ist Amerikaner und sagt effektiv im Kanton Bern läuft wahnsinnig viel überall, sogar irgendwo in einem Dorf losse, bei Zbäubel, da sind nur gut 11'000 Einwohner der Sender und Alex und ich sind nicht immer einverstanden, aber da bin ich zu 120%, ich habe zwei Neuves, die 18 sind und die kommen auf Bern und ich sage genau das, in dem kommerziellen Bereich hat man eben viel mit Kämpfe, das kann der Bobby sicher auch sagen, also gerade reich wird man ja nicht unbedingt in dieser Szene, aber die ab 20 und jüngere, die fühlen sich in dem Sinne nicht so abgehoben, die haben wir gesagt, Rittauer Vorplatz ist ja für ich sage ich das Gebigste und das Günstigste, man konsumiert einfach nicht und dort ist effektiv für die, die einen Ausgang wollen, eine Lücke. Sie haben gesagt, ihr habt nicht so Zeit für das, wo ihr arbeitet, aber wenn man sieht, was das Nachtleben in der Stadt Bern für ein Gewicht hat und der Kanton so viel zu sagen hat, so wird es eigentlich auch für euch arbeiten, wenn ihr euch um das Nachtleben kümmern, sollt ihr euch dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen? Ja, für das ist natürlich der Alex Chapman zuständig, der macht das viel besser, als es das könnte, um das Nachtleben zu kümmern. Der hat nicht so viel Einfluss wie dir? Ja, der hat sehr viel Einfluss, also Gemeinsautonomie, Artikel 108, Bundeskantonsverfassung, er ist Nationalrat, dort werden sehr viel gesetzt, macht man ja gerade über einen Vorstoss hat er abgestimmt, wobei die, die nicht eingeben, dann glaube ich, hat irgendwo gefehlt und man wollte auf Bundesebene etwas in diesem Bereich machen, Lärmschutzverordnung, respektive gewisse Voraussetzungen, Bundesvoraussetzungen, wo man sich darauf berufen kann. Ich bin nicht Jurist, auch aus einer der wenigen. Bobby, du bist das... Ja, aber doch die Juristin, Wahrscheinlich nicht, aber das sind alles Juristen und die setzen es nachher durch und das ist das Grundproblem, wenn ich als Betriebswitschafter eine Klage überkomme, jemand von Gericht geht, dann entscheidet das Gericht und ihm das Geld um das Gesetz zu halten. Frau Rehmann, wer hat mehr zu sagen im Nachtleben, der Kanton oder die Stadt? Wer empfällt die wichtige entscheiden? Also die Grundlage ist im Gastgewerbsgesetz oder das ist ein kantonales Gesetz. Aber wie auch bei jedem Gesetz gibt es auch einen Ermessensspielraum, wobei dann wieder die bundesrechtlichen Vorschriften, die Lärmschutzvorschriften dreinspielen und dort sind sie relativ fix. Auf der anderen Seite kann er über Gemeinde mit der Bauordnung wieder mit den Zonen-Zuerteilungen, wo dann die Lärmschutzvorschriften unterschiedlich sind, dort gibt es dann wieder eine Schnittstelle. Also es ist ich finde, die gesetzlichen Vorschriften sind recht verhockt und es wird auch die Verantwortung abgeschoben, gemeint zum Kanton, der Kanton zum Bund, der Regierungsstädter auch, gegen Auffall, gegen AB und so kommen wir irgendwie nicht weiter. schlussendlich. Bobby Bähler, ihr habt vielleicht nicht täglich, aber oft mit so Fragen zu tun, was ist euer Eindruck, wer hat da mehr, wer blockt mehr, tut man wirklich die heisse Kartoffeln weitergeben? Ja, ich würde jetzt mal sagen, dass der Prozess von all diesen Bewegungsverfahren würde jetzt im Unternehmen wie in jedes führen, auch zu einem Konkurs führen bis zum Schluss, weil letztendlich ist das einfach ein Hin und Her, genau so, wie Simon das gesagt hat, es wird hin und her geschoben, am Schluss entscheidet der Kanton, der Regierungsstädter, weil der in dem Sinn Macht auf dem Gastgewerbsgesetz liegt, das wird empfohlen vor, ich sage jetzt mal, vor Gewerpolizei Bern, das wird sehr schnell abgehandelt, alles was einfach und locker ist, da hat, glaube ich, der Regierungsstädter schon einen grossen Schritt vorwärts gemacht in den letzten zwei, drei Jahren, aber sobald es ein bisschen heikle Themen sind, sobald es darum geht, wie lebt man in dieser Stadt zusammen, will man mal wieder etwas probieren, will man mal Pilot fahren, hat man der, ja, Bern-Deutsch gesagt, Schiss in den Hosen, den will man nicht, weil man Angst hat, dass nach, in dem Sinn, vom Regierungsrat, oder vielleicht sogar noch schlimmer, vom Verwaltungsgericht eine Röthurgutsche kommt, oder? Ja, aber es ist gesagt worden, man muss in Stadt Bern schauen, was man machen will, mit vor einem knappen Jahr hat man gesagt, oder respektiert ein entsprechendes Konzept, aber das reicht nicht aus der Grundlage, es geht um Lärm, Empfindlichkeitsstufen, es geht darum, dass man entsprechend eben Bauordnungen hat, und das Problem ist effektiv, wenn man unter einem Club hat und oben Leute wohnen, ist das eine Frage des Lärms, man muss unterscheiden zwischen Dinnen und Dusser, das ist vor allem ein grosses Problem, man hat eine Umfrage gemacht, 20, 13, Aarau, dort im entsprechenden zuständigen Amt, in 14, in 14 grössere oder grossen Städte, Soledurn beim Soler bis über zum Amtshaus, dort ist so eine Ausgabe-Mail, wobei gibt es auch noch Abstimmungen, im Spand, was passiert, dort kann man relativ unbegrenzt etwas machen, in Basel ist ein Boulevardbereich, in Anführungszeichen, wo man bis um 2 Uhr rausstuhlen kann, aber inzwischen ist meistens ein Ordner, es ist einfach um halb 1, es ist ein entsprechendes leichterlöschen, und darum, wer im Juskanton, ich habe Korrespondent so gesehen, von Christoph Lerch, der hilft, wo er kann, durchs Band, aber was er nicht kann, er kann einfach Gesetze nicht brechen, und die Gesetze muss man anpassen und da ist entsprechend der Gemeinrat in der Pflicht für etwas zu machen, Stricks im Lernbereich, sei es bei den entsprechenden Nutzungsplänen, da sind wirklich, da ist gestaltungsmöglichkeit, die man nicht nutzt, und da kann man schon sagen, Lust bremsen. Bayern hat doch ein Nachtleben-Konzept, wo sie sagen, wo sie ausgehen wollen, sie sagen, sie wollen Bewilligungsinstanz werben vom Gastgewerb, was braucht es denn noch mehr vom Gastgewerb-Gesetz? Ja, Bobby hat sicher ein Konzept für den Club, aber dann muss man von Umsätzen das ganze Zeit machen, muss Bewegungen einholen und alles, und in Bern müsste wirklich die Diskussion basieren, im Stadtrat, respektive Zonenplan, ist mir gesagt worden, das können wir nicht anpassen, das bringen wir nicht her, aber die Einteilung in Befindlichkeitsstufe, da haben wir der Stadtratspräsident, ich weiss nicht, kann ich nicht noch vorstellen, ich schreibe in Stadt Bern, dass man mal die Diskussion führt und sich überlegt, probiert man doch etwas, also das Bio tut mir jetzt die generellen Überzeitbewegungen ein bisschen verschieben, respektive die Ausweiten tun, ist eher restriktiver, die zwei Städte probieren etwas, Burtlöf hat sich den Gemeinrat die Kompetenz geben wegen der Lärmstufe, dass sie sagen können, wo das durchgeht, das ging in den Bereichen, dass man sagt, es gibt vielleicht eine oder zwei Strassen, das wäre nachher auch eine Gebung der Sicherheit und darum und daran, aber das will ich nicht von Baubus vor Feeway dekretieren, also Feeway, da lösen wir das Licht, spätestens um halb und da soll Bernerinnen, Berner selber schauen, die wissen selber, was gut für sie ist. Das Problem, wenn ich das schnell darf, das Problem ist wirklich auf Bundesstufe im Umweltschutzgesetz, und das als grüner zu sagen, ist immer ein bisschen gefährlich. Das Umweltschutzgesetz sieht vor, dass man schädliche Lärmeinwirkungen eindämmt, und dort wird nicht unterschieden, was die Lärmquelle ist, das ist ganz stark fokussiert gewesen auf Strassenlärm, das kommt aus den 60er Jahren, wo das immer mehr ein Problem worden ist in den Städten. Wir hatten dann sehr wirksam, insbesondere in Bern, den motorisierten Autoverkehr aus den Städten rausgekommen und konnten an diesen Orten, in der Wohnzonen in Lärmfeindlichkeit Stufe 1 bis 3 arbeiten. In diesen Zonen ist Nachtlegen grundsätzlich nicht möglich, und wenn man es gleich macht, dann ist das toleriert. Das heisst also, die heutige, übergeordnete Gesetzgebung, die verlangt, dass man Nachtleben nur dort macht, wo man nicht wohnt, und umgekehrt. Und genau das weinen wir nicht, und darum haben wir auf Bundesebene als GLP einen Vorstoss gemacht, der dann aber leider gross hinten runtergekehrt ist, weil schon der Bundesrat kein Musik gehört hatte. Wenn ich euch alle nicht zuhose, dann sagen alle, die Stadt soll das regeln. Das wäre das Beste, wenn es die Stadt machen würde, das steht auch im Nachtlebenkonzept. Wieso klappt das nicht? Was braucht es, dass die Stadt selber entscheiden, wo das Ausgang ist und wie lange? Also zuerst mal, glaube ich, weder die Stadt oder der Kanton, die Leute, die da zu sagen, haben in erster Linie das Interesse daran, das Nachtleben zu behindern. Ich glaube per se nicht. Also weder der Stadthalter noch der Gewerbeinspektor in der Stadt Bern, die stehen morgen auf und sagen, so, jetzt müssen wir das Nachtleben verhindern. Weitere es denn auch anpacken? Verhinder ist das eine, dann nicht verhinder. Aber das Anpacken ist das andere? Der Claude Grosjean hat vorhin für mich das schönste Beispiel gebracht, oder instören Kirchenglocken. Jetzt frage ich mich, wieso zügeln, nicht dort hin, wo es Kirchenglocken hat, oder anders gefragt, wieso gibt es gewisse Leute, die neben einem Club wohnen, wo es schon lange gibt und dann stürzt den Lärm, ob schon sie wissen beim Zügeln, dass es dort bimbeln, um Mitternacht oder noch später. Wieso kommen denn die Leute noch recht rüber, wenn sie eine Lärmklage machen? Voilà, jetzt kommen wir zum Punkt, oder? Weil das Gesetz, das übergeordnete Recht, und das hat eben nichts damit zu tun, ob der Stadthalter oder die Kompetenz vom Kanton an Gemeinde übergeht oder nicht. Hier ist übergeordnetes Recht, Sie kennen ja die Diskussion um, wie hat er geheißen, der Club im Suss soll, oder die Diskussionen um subjektiven und objektiven Lärm, und das basiert auf eidgenössischer Gesetzgebung und das basiert nicht auf der Gemeinsautonomie. Was gemeint, ist die Frage, versuchen zu lösen, zonenrechtlich, wo wohnen und wo wohnen Nachtleben. Ich sage immer wieder das Gleiche, es geht euch allen nicht anders, ihr findet aus den Stuhlen etwas vom Geilsten, wenn es nicht vor eurem Schlafzimmer ist. Wenn es vor einem anderen Zimmer ist, ist das kein Problem, das Gleiche ist mit dem Nachtleben, das Gleiche ist mit den Kuhglocken auf dem Land draussen. Das ist immer wieder der Konflikt von verschiedenen Gruppierungen, die verschiedene Interessen haben. Jetzt kann ich gut verstehen, wie Buck sagt, unser Interesse ist Nachtleben. Ich habe aber auch Leute, die sagen, unser Interesse ist, nicht zu fausen können, weil wir am nächsten Morgen halt eben am 5 oder am 6 aufstehen. Und ich finde, und das ist die grosse Aufgabe für ein Gemeinwesen, dass sie für beide Gruppierungen verantwortlich ist. Sie kann nicht einfach sagen, Nachtleben super, oder? Sie kann gewisse Minimalregeln aufstellen, haben wir in der Stadt Bern gemacht, wir haben gesagt, Zeitglocke, ob sie uns eigentlich gleich können, rambazamba machen, da wohnen nicht mehr viele Leute, da ist es relativ unproblematisch. Wenn ein Einzelner immer noch klargemacht, haben wir keine Handhabe, das zu verhindern, aber dort kann man relativ grosszügig sein. Zeitglocke nicht sein, haben wir ganz klar immer gesagt, das ist noch ein Wohngebiet und ich kann allen meinen Nachfolgerinnen und Nachfolger nur raten, zu diesem Wohngebiet, weil wenn das Weltkulturerbe nur noch ein Museum wird, dann haben wir soziale Schwierigkeiten, wir haben gesellschaftliche Schwierigkeiten, vielleicht haben wir ein bisschen Nachtleben, aber vielleicht ein Nachtleben, wo uns es auch nicht mehr gefällt, weil nämlich keine soziale Kontrolle mehr drin ist, Leute nicht mehr wohnen, keine Mischung mehr von Wohnen, Schaffen, Lädchen, von mir aus auch Nachtleben ist, da muss man darum Sorge haben. Und ich sage, eine Gemeinde kann versuchen, aneinander vorbeizukommen, aber was eine Gemeinde nicht kann, ist einfach nur eine Interessengruppierung bevorzugen, wo einfach dumm gelaufen, wenn du jetzt halt da wohnst. Ich sage, für mich gäbe es zwei, und das ist das, was gesetzlich im Moment nicht möglich ist. wenn einer herzieht an einen Ort, wo der Lärm schon vorhanden ist, dann finde ich, den müsste man ihm gesetzlich zurecht absprechen, subjektiv gegen den Lärm zu klagen. Hingegen, wenn der der endet dort ist, als der Lärm kommt, dann habe ich durchaus ein Verständnis, dass man ihm rechtlich mittel in die Hand gibt, dass er sich dafür wehren kann. Und im Moment ist es so, dass das Gesetz hier keinen Unterschied macht, ob eben, wenn es heute morgen einen hier einzieht, in das Hausur fällt, sich anverstören, am Passauur macht eine entsprechende Klage, dann hat es Bonsoir ein Problem, oder? Und wir haben die gesetzliche Handhabung nicht, das Problem auszuräumen. Da bin ich mit dem Herr Stadtpräsidenten nicht ganz einverstanden, weil es ist so, dass die USG einfach sagt, es darf keine Störung vom Wohlbefinden passieren. Und dann kommt die Lärmschutzverordnung gestützt auf die USG und dann kommt lange nichts. Und jetzt ist schade, dass wir den Regierungsstatthalter nicht hier haben. Was ist die Frage, was ist eine Störung vom Wohlbefinden? Es ist die... Er ist in den Ferien, übrigens, er wäre gerne gekommen, muss man auch noch sagen, ist in den Ferien. Gut. Verstehen wir alle. Natürlich, das sei ihm gegönnt. Die Störung vom Wohlbefinden gibt es heute in der Vollzugsrichtlinie. Die Vollzugsrichtlinie ist gemacht vom sogenannten Cercle Brue. Ich bin nicht zu fest die juristische. Nein, ich versuche das, aber ich will etwas zeigen. Das heisst also, das ist der Zusammenschluss von den Lärmfachleuten. Geht mal auf die Homepage, die erste Aussage auf der Homepage ist, wir kämpfen gegen Lärm. Liebe Zuhörende, das ist genau das Gleiche, wie wenn eine Umweltverträglichkeitsprüfung für Fahrtenkontingente beim Einkaufszentrum gestützt auf eine Empfehlung vom VLCS würden machen. Das ist jenseits. Oder genau dort haben wir Auslegungsspielraum. Weil der Cercle Brue ist eine Interessenvertretung und die machen die Vorgaben, die sich nicht der Regierung standhalten, daran halten und nach dem wird vollzogen. Und dort entsteht das Problem und dort haben wir Handlungsspielraum. Auslegungsspielraum finde ich sehr ein gutes Stichwort. Das eine ist die Gesetz, das andere ist die Auslegung. Vielleicht ein Wort zur Art, wie der Herr Lärcht die Gesetz auslegt. Eher restriktiv oder eher weit? Ja, wahrscheinlich sehr weit und sehr gut, weil er kein einzigen Klub zu tun. Effektiv, das ist ja so, wir hatten einfach Diskussionen gehabt. Gewisse Lärmvorschriften werden Dezibel gemessen und ein Meter ist 100 cm und wenn es 90 oder 95 Dezibel sind, dann sind es mit innen und draussen mit 6 Dezibel. Und das Problem ist auch mit dem Lärm, dass es so eine exponentielle Kurve ist. Und jetzt bin ich höchendirekter. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es seinem Nachbarn nicht gefällt. Der eine Soundenslaut oder der andere muss nicht verleiden. Und dort ist effektiv das Problem, dass man sich trifft. Aber ich muss einfach wirklich einstehen und überzeugt einstehen für einen Regierungsstathalter. Der Christoph Lerch versucht wirklich alles. Er ist an diesen runden Tischen. Aber man muss nicht irgendwo nur eine runde Tische machen und diskutieren, sondern eben auch versuchen, etwas umzusetzen. Und zum Beispiel irgendwo im Lärmlegramm versuchen, eine Anpassung zu machen und mal für eine Strasse zu bannen. Oder so mal etwas probieren und nicht immer sagen, der Kanton oder Bund und das geht sowieso nicht und einen Weg einfach wirklich mal etwas machen und nicht immer das ungerechte Leben und die ungerechte Welt beklagen. Herr Lerch wird ja fehlender Mut vorgeworfen. Er spricht sich immer mit seinen Regierungsstathalter Kollegen ab, die für die ländliche Regionen zuständig waren. Er behandelt alle genau gleich, sei das Stadt Bern und darum wird ihm fehlender Mut zugesprochen. Was sagt zu dem? Kann er nicht mal etwas wagen? Das ist wie Bauverordnung, das ist wie Sozialversicherungen, da kommen die gleiche Anfälle irgendwo zu Rüschek oder zu Allswil oder zu Liediwil im sozialen Bereich. Es geht um Gleichbehandlung, wie vorhin ich nachher am Essen beginnt. Und da kann man irgendwo sagen, wir geben mehr Geld als der Stadt Bern in diesem Bereich, weil wir mehr Mut haben. Und dort ist einfach wieder der mit den Juristen, dass man die Gleichbehandlung will. Und es besteht sehr wohl Unterschied, also kommen mit mir nach Rüschek, Heubach, Gambach, also Mitternacht, da sagen sich noch Füchse oder Hasgutnacht, aber da ist schon lange einfach die entsprechende Sperrstunde durch. Und wir haben ja eigentlich bis 0.30, ich bin noch so ein alter Mann, der das noch viel früher erlebt hat. Und die generellen Überzeitbewegungen kann man geben. Das haben wir auch vorhin auf den Powerpoint-Folien gesehen, die werden sehr wohl beansprucht. Und in Stadt Bern sieht die Welt anders aus. Aber effektiv die Diskussion müssen wir zum Beispiel aufführen im Grossen Rat im Bereich Gastgewerbe. Aber wir müssen es effektiv an die bestehenden Gesetze halten. Und da erwarte ich das von einem Stadtautru. Er ist nachher auch noch gerade Jurist. Er ist entsprechend gewählt. Und Alex Zschäpät hat es gesagt, er muss für alle da sein. Wenn man jetzt vor Ort Berger Gast alle Wohnenden hat eingeladen und nachher 50-50% die Leute hat zusammengebracht, wäre das eine interessante Diskussion. Es ist einfach ein Austarieren zwischen Interessen und Christoph Lech engagiert sehr, macht das was er kann, aber der kann es nicht schneien und nicht irgendwo hageln. Ich will gerne noch von Frau Redmann wegen der Auslegung wissen. Ihr habt hier eine kleine Zeitung zitiere. Wir können entscheiden beide Fälle im Sinn des Menschen oder im Sinne des Gesetzes und das Entscheide im Sinne des Menschen vermisst ihr gelegentlich beim aktuellen Regierungsstabhalten. Könnt ihr das ausführen? Das Zitat ist noch speziell, ich habe das nicht ganz so gesagt, aber was ich wiederfach sagen kann, ist, dass man wirklich auslegen und Gleichbehandlung heisst auch gerade dass man das spezielle Verhältnis eines Club von dort, wo er ist, was es für eine Zone ist, dass man dann Rechnung tragen kann und auf wo verschiedene entscheiden je nachdem ob es wirklich in einem ruhigen Wohnquartier ist oder in einem urbanen Zentrum. Das ist mal das eine. Und wie das weitere Messen genutzt worden sein, wenn es zu sollen zu tun und neue Bedingungen weiter zu schaffen bin ich mir nicht so sicher. Und dass wirklich etwas möglich ist, das zeigt der Regierungsstadthalter von Bio, der die generelle Überzeitbewilligung bis 5 Uhr gewährt hat und so ein Experiment macht. Es gibt sicher Spielraum. auch gerade wohl wie Herr Grosjean mit Störung des Wohlbefindens ist wirklich etwas Subjektives und dort gibt es wirklich für eine entscheidende Instanz Spielraum. Ich möchte etwas sagen Frau Machado gewählt worden mit dem Regierungsrat zu all Stadthalter im Kanto Bern leider im Augenblick keine Frau das wird sich wechseln aber im Wahlkampf kann man das sehr wohl sagen aber wenn irgendwo geschraubelt wird und wenn es effektiv gilt wir schon Stadthalter zu pfiffen und ein stellen sie abrät dass man irgendwo noch etwas machen und ein bisschen schauen dass die einen gleicher seite ist und das zweite ist das Bio ist generell die Zeit Bewegung für die Stadt Bernd wenn sie das möchte können das genau gleich machen das entscheidende wird ja nachher einfach auch sein mit Dossen wir hier aber wasch in auch das Problem der Bausubstanz wenn man gewisse Sachen macht wenn Lärmsachen reinbaut um Lärm quasi zu dämpfen dann wird es irgendwann eng ich habe nicht unbegrenzt die Boden rein und das sind gewisse bauliche voraussetzungen aber noch einmal Christoph Lerch kann dem keine Vorwürfe machen wir im März 2014 das gross kommuniziert wurde und Grundlage gelegt und dann muss man weiter machen mit einem Konzept das ist hier das Papier hat noch kein Nachtleben können das Konzept machen wie der Ausgang will aber das ist noch nicht im Ausgang Ich möchte von Bobby Bähler wissen wie das bei den Vorgängen von Herrn Lärch war einfacher oder schwieriger Ja soll ich sagen es ist meistens schwierig aber grundsätzlich geht es um den Mut den Willen Ich glaube ich will nicht so auf das eingehen weil es keine Rolle spielt wie Frau Egger oder so fungiert sie einfach mutiger schlicht wegg es geht glaube für uns in heutiger Zeit darum das Leben sehr schnell vorwärts geht wir haben Gentrifizierung Schöbe in den Städten mit hohen Mieten die Lohnkosten usw das Nachtleben ist extrem schnell lebig wir müssen schnell funktionieren wenn wir hier von einem Club reden wenn hier gemessen wird sind wir nach Umweltschutzgesetz garantiert zu laut 100%ig wenn das Bundesgerichtsentscheid gäbe jetzt hier für den Club zum Beispiel vor drei Jahren wo wir genau an so einem Punkt gewesen müsste eigentlich jeder Club in der ganzen Altstadt von Bern oder jeder die meisten in der ganz Altstadt von Bern zu tun weil es schlicht wegen zu wenig isoliert ist die subjektive Wahrnehmung ist immer möglich auch im Innenraum also Betriebslärm oder Aussenlärm das ist ein Riesenproblem und das was wir müssen städtenplanerisch passieren vielleicht im übergeordneten Schritt ist dass man das zusammenleben in der Verdichtung von Städten neu diskutiert pragmatischer schneller wird und er versucht miteinander Lösungen zu suchen und da mögen Gesetze niemals hinter nach es ist unmöglich da nicht kein Club mehr wenn irgendetwas um Umweltschutzgesetz gebogen ist geworden Wie ist es mit der Verantwortlichkeit der Clubs dass man mit den Nachbarn gut auskommt und so Sachen Ja ich glaube pro Nachtleben Bern wie auch Buckei zeigt dass wir uns völlig bewusst eine Mitverantwortung tragen das muss man gar nicht diskutieren es gibt auch die schwarzen Schafe die das nicht gemacht haben wo alles im Vödel vorbeigeht mit denen haben wir auch geredet und ich glaube da hat man viele Lösungen gefunden es sind auch Entscheide getroffen worden die aus unserer Sicht korrekt sind vor allem wenn es um Gewalt geht und und wo wirklich blödsinnig ist dass das stattfinden also ich würde empfehlen dass wir jetzt auf das Problem kommen vom Nachtleben ich glaube nicht dass das Hauptproblem das Problem von Bewilligungen und Schliessungen ist in der Stadt Bern nicht Menge Bar und Klub geschlossen wurde das ist nämlich nicht das Problem von Klub klar ist es nicht einfach vom Lärmschutz und so aber ich muss euch sagen ich sehe im Nachtleben da sehe Problem von Mietzinsen es rechnet sich nicht mehr von einer sehr unzuverlässigen Klientelle die heute natürlich über Facebook in Sekundenbruchteilen einem Club in Libyen ziehen und damit existenz das hast du selber gesagt es geht blitzschnell heute das Problem von zunehmender Gewalt das Problem von bilgenden Alkohol und damit von sozialen Schwierigkeiten im Aussenraum und deshalb sage ich ich glaube wenn wir über Nachtleben über die Frage wie gehen wir um mit Jugendlichen von unter 21 mit wenig Stutz wenn wir über Nachtleben grundsätzlich reden dann sind wir relativ schnell am Ende wenn wir das Gefühl lösen das Problem indem wir Kompetenzen vom Stadthalter der Gemeinde geben oder umgekehrt das ist alles ohne ein Element aber ein wesentlicher Teil vom Ganzen bewegt sich nicht in dem Bereich es ist niedrige Wertschöpfung es ist undankbare Bütz Problem mit Schliessungen kommen nicht mehr Heim kommen nicht her die Eltern die Karren oder Alkoholismus am Steuer und so weiter Das sind Probleme Stichwort Moonliner Stichwort Tram während der Euro sind Tram die ganze Nacht gefahren wieso ist es nicht immer so Also gut das erste Mal ist das ist eben das Schöne wenn man nicht mehr für alles schuld ist Tram ist keine städtische Aufgabe mehr Moonliner sowieso nicht und ich plädiere das sage ich auch ganz klar ich bin klar der Meinung dass Bernmobil nicht fahren also wer nicht mehr in der Lage ist vor Arberger Gasset Lengassel auf Bumblitz zu laufen wenn er die ganze Nacht rumgehangen hat der hat also selber ein Problem da soll er noch rum bis zur ersten Fahrt Beim Moonliner ist es anders Dort geht es heute in ein Perimetergebiet rein wo die Leute nicht mehr können laufen oder wo die Distanzen zu gross sind aber sie heute darauf angewiesen dass sie für ein Nachtleben in die Stadt können und dort auf längere Strecke bin ich klar der Meinung haben wir nicht so gemacht vom Gemeinderat aus zu gestellt dass man zum Moonliner Angebot erweitert aber einfach wissen sie als defizitäre geschäft müssen am Schluss finanziert werden zuständig ist nicht statt aber ich bin sofort dafür dass man Moonliner ausbaut bin nicht dafür dass man einen Gastböss fährt das ist nicht nötig euer parteikollegin und gemeinratskollegin sagt es sei ein bedürfnis und wenn die gemeinden nicht mitmachen dann auf stadtboden ausbauen habe ich mit dir abgesprochen ich weiss nicht was sie will ausbauen der Moonliner auf stadtboden bringt ja nicht das vermögen wir nie wenn wir das allein finanzieren sind wir nicht ehrlich und wenn fahren wer sagt wenn man fährt oder ist wenn ein party fährt ist ein klars angebot das politisch geregelt ist oder gibt es eine angebots bestellung beim kanton gibt es finanzierungs schlüssel für den zahlen wir aber jetzt sagen wenn das nachtleben wünscht dass man noch mit dem lang gas bussen bis morgens dann muss die auch durch fahren oder lärm reduzieren wenn du fährt jetzt gehen wieder mal in andere stadt wir sind derart verwöhnt in der stadt oder wir fahren im 2 und 3 minuten und nach 8 vielleicht im 8 minuten und 12 minuten takt wo andere städte überhaupt nicht mehr anbieten das muss man einfach sehen es ist wie mit dem grenz des mussenstuhls alle sagen wir sind kleinlich beim mussenstuhl in amsterdam dürft ihr nir 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 bier vorn trinken oder also einfach man sollte immer wieder vergleichen wo wir stehen und ich hilfe schon problemlos aber ich finde wir müssen sie dort lösen wo sie sind und ich denke im bereich moonliner oder im bereich gaskessel wenn wir jetzt wieder bei den jugendlichen sind oder die 16-18 jährigen die nicht erwünscht zu sein im konsum nachzuleben sondern einem anderen Ort dort unten bist du am füllen vor der welt exküsse wenn ich das so sage oder da hast du gar nichts du hast weder vor der 12 noch nach 12 ein surfer aber du hast das gefühl das sei der richtige standort ich weiss mache mich nicht beliebt aber ich sage auch die haben Ansprache darauf ins Zentrum zu surfen ich würde gerne von Bobby Bähler wissen ob Herr Zschäb hat abgelenkt mit seinen Problemen oder ob dort wirklich Probleme liegen Ja klar hat er abgelenkt Mobilität ist ein gewissen Teil wachsen oder attraktiv bleiben einen guten Mix demografisch und so weiter muss eine hohe Mobilität haben klar ich spreche jetzt gleich wieder Städte wie Wien oder Berlin oder ganz klar oder die gross sind riesig sind aber die haben eine klare Qualitätssteigerung und eine Verbesserung von ihren städtischen Bedingungen wo sie z.B. die Taubbahn oder das ÖV-Netz einen gewissen Tag durchfahren und ihr nicht unbedingt von der Innenstadt da bin ich mit Herrn Zschäppert eigentlich einig es braucht nicht unbedingt das Neunitram die ganze Nacht durchkesselt aber was aus meiner Sicht unglaublich wichtig wäre ist der Regionalverkehr Bern ist ja nicht eine Metropole in sich aber man ist eine metropolitan region also viele grosse Städte Gemeinden und so weiter rundum wo ich als wichtig erachte dass die unternommen vernetzt sind ich morgemeins von Zürich heinkam da und wenn ich hier ankomme seit 1 Stunde 15 minuten eben eigentlich nichts was noch irgendwo hinfahrt also der interregionalverkehr ist gegeben bis morgemeins aber der wo in dem Sinne noch in Städte rum ist und im Kanton sich bewegt der liegt ziemlich brauche und da finde ich das vorwärts machen in der Mobilität mal oder oder lustfeindlich in dem Zürich bis nachher wieder raus fährt muss einfach sagen wir mögen das nicht finanzieren ich widerspreche dass wir mobiler sein wir werden immer wie immobil das könnt ihr sehen die Leute zügeln nicht mehr sie pendeln viel weiter auf Bütz sie pendeln viel weiter für die Ausgänge und alles drum und der Staat soll finanzieren soll runter mit steuern Leute entlassen weniger Bewegungen machen und das funktioniert einfach so nicht wenn ich sehe was im Bildungsbereich für Kosten anfallen im Gesundheitsbereich jedem sind persönliche Chauffeur ich bin jetzt ein bisschen frech wenn ich so sagen man schlicht nicht finanzieren das ist wirklich defizitär und es macht keinen Sinn weil ja irgendwann überstellt es den Staat das sei der Regierungsrat der persönliche Chauffeur hat ich finde das Bärmobil soll durchfahren Montag bis Sonntag und der Regionalverkehr auch das würde viel beitragen zu dem Lärm Problem das man hat durch die An- und Abfahrten und ich finde öffentlicher Verkehr ist ein bisschen weit auch Service Publik und das Geld ist schon da und bringt man schon hin Ich möchte jetzt doch noch einen Aspekt reinbringen mobilität ist an sich an eben nicht nur Kostenfaktor direkt für das Budget sondern Umwelt Es wäre doch auch schon viel gewonnen wenn man der innere Verdichtung mehr Leute in der Stadt Bern wohnen und das Problem ist da wie Herr Zschäpet schon gesagt hat der bezahlbare Wohnraum und warum wird der Wohnraum immer teurer weil es immer ruhiger wird in der Stadt man hat eine Neubrückstrasse gesehen sobald die geschlossen wurde ist alle WG raus geschossen worden und man Verkehr mehr weiss darum ruhiger wird es gleichzeitig teurer und gleichzeitig auch Töter und schlussendlich ein Problem der nationalen Lärmvorschrift das keine Unterschiede macht Aber ich will nicht plädieren dafür dass es möglichst unattraktiv wird in der Stadt Bern zum wohnen Das finde ich eine ganz abstruse These Aber ich möchte noch 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 im Schöngrün Der Bernmobil war schon wieder eine flöde Bemerkung Aber gut da bist noch Junge das macht noch nichts da wirst du noch entschuldigen Ein Schneikturn schwer Ich möchte nicht aber er hat dafür die Türen wie sagt er Schnabelrenner gut aber ich möchte noch etwas sagen zum durchfahren von Bernmobil da muss ich sagen seid ihr bereit gekostet um einen schönen Teil zu vernehmen da kann man über alles reden aber was nicht geht ist einfach nur bestellen und konsequenzen erinnern Schaut heute schon wie die Frequenzen auf einem ÖV am Abend am Elf oder auf einem Spiegel fahren wie viel noch der Elfen Böse nimmt und sagen die sollen nicht bis am 1 fahren die ganze Nacht durchfahren und dann könnt ihr alle Stunden durchfahren wenn ihr verpasst findet ihr so der grösste Zeich oder dass er 59 minuten werden ich muss sagen man gar nicht nachdenken unser Nachtleben funktioniert so nicht da bin ich klar der Meinung wir decken heute ein Nachtleben ab das weit über den Perimeter des Velo und über den Fussgänger rausgeht da müssen die regionalgemeinden begreifen dass wir ihnen ein Problem abnehmen dann müssen sie auch mithelfen das Problem lösen und das beginnt an bei Kosten bei Problemlösungen Vorplatz Ritual Verständnis für solche Sachen und das hört auf beim Kostenverteilen zum Beispiel von einem Onliner Ausbau da bin ich völlig einverstanden aber wenn es nicht geht ist dass wir hier als Stadt sagen wenn die anderen nicht leiden sollen doch Bärmobil durchfahren erstens mal die Trämmel leiden die ganze Nacht für die drei vier die die Lampen gefüllt haben morgens um füllen fahren es entspricht keinem Bedürfnis in der Stadt Bern 24 Stunden fahren wir sind nicht Neujork das ist so ich muss noch betonen die Verkehrsdirektorin sieht das ganz anders ja doch da kann ich nichts dafür aber was mich auch noch interessieren für mich immer wieder die Stadt brauche ich mehr Kompetenzen Herr Nalse fordert das der vielleicht das Nachtleben ein bisschen anders sieht als er die Chat hat wieso ist die Kantonsregierung dagegen das ist die offizielle Haltung der Kantonsregierung dass die Stadt Bern die Öffnungszeiten selber regeln kann also dass das Gastgewerbe sieht dass die Stadt Bern geht noch einmal also im März 14 hat man das ganze zusammen gemacht ich habe die Unterlagen gesehen mit diskutiert hin und her wir werden wirklich aus Spassbremse betitelt aber man muss auch etwas schaffen wir können nicht nur Konzepte machen man kann die Überzeitbewegungen teilen es gab eine Korrespondenz mit der Frau Ecker wegen entsprechenden Begrüngeführungen Verfahren dass man entsprechende Nutzungen machen aber es braucht auch gewisse Vorschriften wie es Bob jetzt sagt wenn da drinnen 320 Leute sind und irgendetwas könnte passieren was wir uns immer nicht wünschen das haben wir auch aus dem Ausland wenn ihr hier raumen innerhalb von 3 oder 5 Minuten wenn ihr eine Irre oder sonst irgendetwas wenn etwas passiert und es anfängt zu schmürzeln was macht die den Rächer dann ist auch wieder der Kanton verantwortlich es geht jetzt darum ob die Stadt Bern es so regelt und es gab den Vorstoss die offizielle Antwort der Kantonsregierung ist dass die Stadt Bernds Gastgewerbe selber regelt wir sagen das ist nicht so aber wieso ist die offizielle Begründe geben wir wieder als Rätur an die 357 Gemeinden es wäre noch gut dann braucht es der Kanton nicht mehr dann braucht es der Regierungsrat nicht mehr dann kommt es günstiger aber die Stadt Bern vielleicht besser selber regeln nur das wobei die Stadt Bern alles besser selber regeln kann wenn man den Alex fragt dass es auch noch gesagt wird dann muss er es nicht aber es gibt bestimmte Sachen die beim Kanton sind beim Gemeinden beim Bund die Stadt ich habe das gesehen Christoph Lerf bietet Hang und in diesem Bereich muss man arbeiten wir sollen die entsprechenden Lärmverordnungen das Lärmligament anpacken und anpassen in Stadt Bern und mal schauen ob man sich da reinigen kann also eben wir sprechen zusammen es gibt viele gute Beispiele von Clubbetrieben die man zusammen spricht und man schaut mit den Nachbarn und allem drum und dran und schon immer dass man zusammen spricht wir haben im Vorfeld diskutiert wenn ich weiss was für eine Nachprobe durchlauft und dann trampelt irgendwo 22, 30, 30 ist das etwas anderes wenn ich den kenne als wenn ich ihn nicht kenne und da bringt man Lösungen her das Problem ist halt effektiv es geht schnell es läuft und dreht sehr schnell und wir können nachher mit der Politik mit den Abläufen nicht in diesem Tempo mitkommen aber wirklich auf der Gemeinststufe in der Stadt Bern hat man die Möglichkeiten und da ist es ganz klar wenn man die nicht nützt wenn man sagt ich tue nichts in einer Überbauungsordnung oder in einer Zone mit Planungspflicht machen ich mache nichts im Lärmbereich geringfügige Bewegung machen wir auch nicht die Möglichkeiten bietet man und wir nutzen sie nicht da weiss ich einfach nicht wir wollen immer zu Füffi das Weckli und das Hausgeld ich habe noch das Gefühl dass man die Bäckersfrau will küsse und spürst du es dann aus Bäck wird ich dann hässig es macht eben einen grossen Unterschied ob Kompetenz beim Regierungsstatthalter ist oder bei der Stadt der Böbel hat es vorhin sehr richtig gesagt der Regierungsstatthalter ist zu wenig mutig der kann nicht mutiger sein weil der Regierungsstatthalter ist eine Vollzugsbehörde die sich an die bundesgerichtliche Rechtsprechung halten ganz eng er ist dem Regierungsrat verantwortlich das ist eben keine politische Behörde auch wenn der Regierungsstatthalter gewählt ist und wenn man also eben runterkommt zur Stadt dann wäre es dann bei der politischen Behörde und dort hat man mehr Spielraum auch wenn man gewisse Sachen übergeordnete Rechte vollzieht einfach auch mal sagen moi-fois wir machen es so ich bin politisch zu dem legitimiert wer das nicht passt der soll mich halt abwählen und genau das wäre ein ermutiges Handeln und darum setzen wir uns dafür ein dass eben die grossen Städte diese Fragen selber regeln können auch wie du richtig sagst für eben den Regierungsstatthalter aus der Schusslinie zu nehmen wir haben es erlebt wo es darum gegangen ist durchzusetzen dass der Vorplatz um halb eins zu tut der Regierungsstatthalter ist massiv stunden gedruckt und Kritik gestanden und die ganze Kritik ist noch befeuert worden vom Gesamtgemeinderat Bobby Bähler wäre das für Klaus-Betreiber besser wenn es die Stadt das Gastgewerbegesetz selber würde regeln ja ich denke einfach das Zusammenleben in einer Stadt oder in einem urbanen Raum möglichst auf der kommunalen Ebene sollte in diesem Sinne entschieden werden oder auch geformt werden also ich denke ein Stadtrat der hat sehr wenig Kompetenzen das ist eigentlich als politisches Organ eigentlich nichts zu sagen grundsätzlich und ich bin einfach nochmal ich bin der Überzeugung dass man neu Sachen ausprobieren weil es eben so schnell geht und da müsste ein Stadtrat als in diesem Sinne Legislative sagen hey komm drei Monate Sommer rausstuhlen Stunde länger Dämp-Perimeter begleiten mit Messungen und 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 mal schauen was passiert mal schauen wie es geht immer mit im Vordergrund dass wenn es wirklich eskaliert wenn es nicht gut kommt dass man es 0,0 plötzlich abbricht und dort bin ich ganz fest überzeugt da hat der Herr Lerch eben Kompetenz nicht den Spielraum einzugehen wo ich jetzt mal mehr auf den Test rauslassen dass das über einen Stadtrat und mit Unterstützung von einem Stadtpräsidenten funktionieren also ich lasse mich jetzt auch mit dir auf den Test raus das Regierungsstadtautoramt hat der Sitzung vom 26. März signalisiert sie für ein befristetes Pilotprojekt in der Oberaltstadt wenn entsprechend Absichtserklärung vom Gemeinrad vorliegt das ist mal das 1. und das 2. es ist einfach so wenn man Pilot macht braucht man für die generelle Umsetzung eben ein entsprechendes Tempo aber es braucht gesetzliche Grundlage und die Anpassung ich finde euch garantiert einer der hier wohnt und wenn der entsprechend klagt dann hat jeder hier ein Problem und das will man nicht ich wollte nicht ein Pilotprojekt starten es macht einer Einsprache dann ist das Pilotprojekt tot und darum muss Gemein in diesem Bereich anfangen zu arbeiten und etwas dort machen ich kann nicht einfach sagen aber ein Neuhaus wir stuhlen jetzt einfach hier aus und damit hat es es gibt Bundesgerichtsentscheiden von Zürich wo man 19.00 gesagt 19.00 ist fertig mit Wirt der Regierungsstandhalter hier in Bern bis 22.00 bewilligt ich kann euch die Zahlen nachher zeigen Bern ist relativ mutig im Vergleich man muss sich absolut nicht verstecken und darum wäre ich mehr für einen Stadthalter der Stadthalter bietet Hang und dann muss auch der Herr Nause mal in die Hose und entsprechend etwas machen und dann helfen wir auch aber was ich nicht helfe ist einfach das Gesetz brechen weil dann belastet es wieder die Justiz dann gibt es eine Klage jetzt muss ich euch noch schnell etwas sagen ja ich lasse mich gleich wieder ausreden sorry ähm ihr habt jetzt gesagt der Herr Nause muss in die Hose die Stadt Bern hat gefordert dass man die Gesetze für Pilotprojekte und Zwischennutzung einfacher macht und Frau Wecker hat gesagt das wollen wir nicht vom Kanton das ist so schwarz auf eis in der Zeitung ich weiss es ist kein Beweis aber es ist so in der Zeitung ich habe dir ich habe den Brief vorgerübeln geringfügige Bewilligung da hat sie geschrieben dass das entsprechend möglich ist das ist aber wieder auch gleichbehandlung er hier er hier der Bobby hat eine riesige Investition und alles drum und dran hat Personalzahlt Löhne und alles drum und dran hat entsprechende Auflage wenn irgendwo nachher in einem Schub etwas machen ja was passiert das sind nicht mehr gleich lange Spiessen der andere ist viel günstiger es werden gewisse die Auflage nicht erfüllt und alles im geringfügigen Bereich ist das möglich aber das Baugesetz sieht auch vor dass Nachbarn plötzlich wo plötzlich ein Club bekommen sie können äussern dazu ich bin hierhergasse gewohnt wenn dann plötzlich in einem Blumenladen ein Club ist und hinterher aus dem Garten gefestet wird dann wird es mir relativ schlecht ich habe eine Zweizimmerwohnung für etwa 1800 Steine dann muss ich dann sagen es kann nicht dass es unter mir gefestet wird das muss man halt einfach auch sehen und dort ist der Stadthalter leider Gottes ob man das gerne hat oder nicht auch zuständig aber noch einmal er hat gesagt macht ein Pilotprojekt schaut mal mit dem entsprechenden Lärmschutz mit den Leuten reden das gibt eine Diskussion dann muss man ganze Kassen abklappern das ist wie bei mir für die Fahrenden entsprechende Plätze suchen wir klappern den ganzen Kanton ab wir reden mit Leuten das ist mit Arbeit verbunden jetzt würde mich von Frau Mahathor interessieren ob einfach zu viele Leute für das zuständig sind beim Kanton sind das irgendwie drei Stellen je nach Thema wir haben nicht genau gewusst wer das heute kommt weil man nicht weiss ob Kultur oder nicht sind da einfach zu viele Leute dran an diesem Thema wie seht ihr das als Kantonspolitikerin also da sind auf jeden Fall zu viele Leute dran also einerseits sind die Bauverkehrs- und Energiedirektion mit den Bauvorschriften dann sind die Tieren mit den Gemeinsfragen und dann ist noch die Wirtschaft mit dem Rickenbacher das sind auf jeden Fall zu viele Leute dann kommt die Regierungsstadt dann kommt noch die Stadt mit der Bauordnung das ist einfach das sind alle zuständig und niemand recht und das ist eben wie ich schon vorhin gesagt habe wird immer wieder der eine schiebt dem anderen der Auftrag zu und man will endlich etwas ausarbeiten und etwas machen und so blockiert sich das Ganze da muss ich mich einfach wehren und gerade wenn ein Jurist in meinem Hochschulstudium das erzählt und das Zeug mir verteilt ich kann ja auch nicht die Wirtschaft übernehmen vom Rickenbacher und den ganzen Bauverkehr für das alles zusammen ist es ist einfach so wenn man wirklich Seiten der Stadt die notwendigen Grundlagen nicht schafft nicht einmal die Diskussion anstosst der Stadtrat diskutiert sehr gerne und sehr wohl also so wie ich das erlebe dass man mal über das Ganze redet ja auch lange und manchmal sogar zu lange aber wenn man bis Nacht weit nach Mitternacht über ein Budget stürmen dann sollte man auch über so etwas diskutieren grundlegend und die Diskussion führen weil wir diskutieren jetzt hier es wird über Zeitungen wer da immer Vorwürfe macht entsprechend sagt der Red und alles es braucht dringend mehr Föderalismus wenn ich das machen wäre ja alles besser aber wenn man das was man nicht gemacht hat nicht macht dann wird es eben nicht besser man kann effektiv gewisse Sachen machen man könnte auch die Bauwohnung man könnte die Raumplanung das kann man anpassen wenn man will aber wir haben natürlich die verschiedenen Bedürfnisse die Alex Czap hat dann gesehen und das ist nicht so einfach zu sagen denn jetzt alle die die hier wohnen den Arbergen Gass vergessen wir stuhlen raus es läuft ich bin hierher Gass ich habe auch mal mit kaltem Wasser nachher einen der sich versäubert hat unsere Eingangstür nachher ein bisschen ermahnt dass ich dann gleich eine brachiale Methode für etwas mache aber es gibt nicht auch Leute die nur Freude haben wenn eben gefestet wird ich probiere es jetzt halt noch mal was ich vorhin schon wollte sagen wir tun so wie wenn das ganze Nacht ein Problem wäre von Clubbewilligungen und vom Verhindern von Clubbewilligungen fragt mal Club ab wem man rein darf fragt mal wen man reinlässt und wenn man nicht reinlässt wie alt muss es sein wie lange darf es bleiben und die alle anderen es gibt noch neben denen die im Club konsumieren gibt es noch eine Riesenschwette von Jugendlichen von anderen die auch einen Teil vom Nachtleben wollen deshalb sagen wir wir müssen doch nicht meinen das ganze wickele sich über die Frage von Bewilligungen oder Nichtbewilligungen ab das Rauchverbot ist ein nationales das bereicht alle das sehe ich auch ein ich bin Raucher also ich finde das auch ein blödes Gesetz aber es ist jetzt halt so oder bereicht aber natürlich einfach einseitig ein im wahrenhaus hast du nie geraucht aber in Beils hast du eben geraucht oder im Club und jetzt darfst du es nicht mehr aber ich sage nur das Nachtleben geht einiges weiter als in der Frage ob man ab 1 oder ab 25 darf konsumieren in einem Club und deshalb glauben wir doch nicht dass wir die ganze Thematik und die ganze Problematik lösen indem man fragt wer jetzt für was zuständig ist gewisse gesetzliche aber eine Vereinfachung wäre auch in eurem Sinn oder? wie so viele Leute zu sein das Problem von Vereinfachung ist ja nicht das Problem ist wir haben einen Interessenkonflikt zwischen verschiedenen oder der öffentliche Raum gehört allen er gehört nicht nur den einen er gehört allen oder und Kunst und das kann ich sagen deshalb wünsche ich jedem dass er auch mal ein bisschen Stadtpräsident ist Kunst besteht darin die verschiedenen Interessen und die verschiedenen Gruppierungen aneinander vorbeizubringen und ich kann euch sagen wenn man zum Beispiel jetzt grosszügig würde sagen wir geben Bewilligungen oder wir sind in den Club relativ grosszügig erstens mal glaube ich ist es ruinös es macht nämlich die bestehenden kaputt die sich Mühe geben die seriös sind die schauen dass Brandschutzbedingungen eingehalten werden Lärmschutzbedingungen eingehalten werden man kann auch grosszügiger sein zum Preis dass es die einen kaputt macht und die anderen vielleicht auch nicht überleben also auch dort bin ich halt einfach der Meinung unser Problem ist nicht dass wir viel zu wenig Clube haben und dass deshalb die Post nicht abgeht sondern dass es wirtschaftlich sich schlecht rechnet oder schwer rechnet dass ihr nachher in der inoffiziellen Konkurrenz inoffiziell heisst hier kostet das Bier 4 oder 5 Euro beim Konsum kostet das Bier 50 Krabben das billige Bier dann könnt ihr von dem All-Zen-Bier ausbunkern für einen Becher da drin also all die Themen sind doch auch die Themen die zum Nachtleben gehören alle die sozialen Probleme aus dem heraus entstehen die Frage Ausländer nicht erwünscht in gewissen Clubs oder nein gewisse Hauptfarben lieber nicht danke vielmal aber die sind wegen dem gleich auf der Kasse und die wollen wegen dem gleich etwas also müssen wir über das reden und nicht nur über die Frage reden ob beim Suss soll die Frau M oder wie sie geheissen hat ein mühsam ist gewesen oder nicht das ist vielleicht ein kleines Thema gewesen aber das ist für mich nicht wirklich das Problem sondern das Problem ist die Diskussion wie geht man mit Freiräumen um wer hat wenn welchen Anspruch an den Freiraum habe ich als Bewohner den Anspruch darauf zu Recht darauf dass der einigermassen ruhig ist aber eine gewisse Uhrzeit oder habe ich als Nachtclub Betreiber oder als Benutzer zu Recht darauf die ganze Nacht soll abzulassen weil das eben meine Stunde ist die ich leben und das ist eine Konfliktsituation die könnt ihr einfach nicht so einfach lösen sondern das beginnt bei fehlender Toleranz es beginnt an dass wir nicht schnurren miteinander es beginnt an dass wir nicht das dezentrale Angebot versuchen zu erweitern das dezentrale Angebot wieso haben wir mit dem Rappertal Leisstlampen im Reitschul Bereich weil wenn um 3-4 alles zu ist gehen sie noch woher sie unter die Bögen vor Eisenbahnbrücken neben der Reitschul oder neben dem Vorplatz sie nehmen so eine Anlage mit da bringst ja heute 120 Dezibel locker raus so in einem Handtäschli oder und nachher machst noch Party bis morgens um 6 das ist doch auch nachtleben thematik und über das müssten wir doch noch reden jetzt nicht noch stunden lang darüber schnurren ob der Stadthalter oder der Nose soll zuständig sein das kann alle die sachen die problem bieten im nachleben die haben wir dann mit kehrer silben erwähnt aber ich muss in einer viertelstunde gehen ich würde noch schnähe duclod grosso etwas sagen und dann gerne fragen aus dem publikum also darauf möchte ich schon noch etwas sagen es geht tatsächlich um die frage der nutzung des öffentlichen raums aber in meiner Wahrnehmung ist nach halb eins der öffentlich raum nicht mehr zugänglich für die in hausengestuhlten beiz gerne ein Bier trinken oder am basker halb eins das ist zu man bekommt nien mehr das bier und über diese sachen möchte ich reden und das hat sehr wohl mit bewilligung und mit über Zeit zu tun und es hat vor allem damit zu tun wie man den öffentlich raum wahrnimmt und da kommen wir zu der problematik der sehr jungen nutzenden wenn man immer das gefühl hat dass hinter der nächsten eck der abwart kommt der weg schickt und sagt das lese auf und 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 dann hat man keine gemeinsame verantwortung mehr für den öffentlichen raum und in meinen augen heisst es der öffentliche raum gehört allen und dazu gehört für mich dass man nicht so strikt nutzungsbeschränkungen hat wie halb zwölf schruhen in leute die in altstadt wohnen die das in kauf nehmen vielleicht eben nicht für 1800 stehlen eine zweizimmer wohnung und hätten wir auch schon wieder etwas gegen gentrifizierung gemacht das ist wahrscheinlich ein generationenproblem zwischen mir und dem stadtpräsident aber ist du zahl für das ja das ist ein kohl mit den mietzinsen in stadt bern aber das ist nicht das entscheidende ist das es geht um gesetzliche ruhezeiten es geht um lärmvorschriften es geht um eigentumsschutz und eben wenn man da nicht auf einander zukommt kommt man entsprechend nirgern und ob wer das das macht ist nicht die frage der alex japan hat einiges angesprochen wenn er zum beispiel schon mal sieht wieviel alkohol das rauskommt aus dem bahnhof eben und 50 krabben bei ein bier beim den den bekommen dann entsprechend für 80 krabben eine grosse büchse es wird entsprechend und mehr trunken ich bin ab und zu unterwegs durch die bahnhof manchmal auch nacht ich rufe nachher nachher der chauffeur ist nur was zu arbeiten ich weiss nicht ob die brodergrün das für das private braucht die nehmen an nicht aber auch die bürgerlichen brauchen in dem sind nicht privat und vor dem hintergrund ist es einfach müßig zu stürmen wer was darf und alles die zeit läuft relativ schnell anpassungen zu machen dort dann muss man es halt einfach probieren und mal etwas probieren ich wäre froh wenn man in stadt bern einen pilot probieren für auswertsstuhl aber noch einig in stadt bern ist man relativ tolerant paskers das ist überzeit möglich wenn eine beiz länger offen kann die länger offen das grundproblem ist die rechnen wieviel es noch geld gibt die leute durchgehen und man kann die leute nicht dazu zwingen offen zu trinken wenn man noch gerne ein bier trinken von mitternacht bis 2.00 und sich das nicht rechnen die die tue wenn es etwas verdienen gibt schlusswort von der runde im bobby bähler wenn ihr einen entscheid habt im nachtleben wie würde das lauten das ist gemein wie wir gehört ein unglaublich komplexes thema das muss man ganz klar sehen ich bin der überzeugung das ist vielleicht traurig das nachtleben kann sich in momentanen situationen durch bewilligungen und restriktionen nicht weiterentwickeln es ist nicht möglich es wird als hochkommerzialisierten bereich weil nichts mehr anders möglich ist weil man hochkommerziell funktionieren damit man überhaupt noch einen klub betreiben die location hier seit 15 18 jahren ist in dem raum hier ein klub da wird die bewilligung einfach weitergeben weil es unmöglich wäre eine neue bewilligung zu bekommen für etwas das noch nie ein gastronomiebetrieb war da müsse man nach der sogenannten 181 baumassnahmen machen ein million rausgeschossen bevor man überhaupt irgendwie die ej desk reinstellt und das ist ein riesen problem gegen das müssen wir ankämpfen wir haben andere thematiken fürwärtszentralen ich will gerne die zwischennutzungen sehen die in den nächsten sechs monate starten wenn das nach baurecht so eins zu eins ohne zwischennutzungsmöglichkeiten umgesetzt werden da wird es keinen gastronomiebetrieb geben und nichts es wird unmöglich sein und vor dem habe ich ein bisschen Angst dass wir nicht mehr flexibel sein dass wir keine kreativität mehr haben und dass die Leute die Stadt verleiten mit der gentrifizierung zusammen nur noch extrem hoch überteuerten wohnraum entsteht und sonst gar nichts mehr passiert und es kein Zentrum mehr ist von Leben und das war etwas traurig aber grundsätzlich beginnt es jedes Wochenende Ausgang zu gehen aber das wird auch in Zukunft ein Problem sein für alle Nachtlebeakteure Ich weiß nicht ob es Fragen hat bei euch vielleicht wenn ihr an Herrn Zschäppet hat als erstes weil er gleich muss gehen Ich sehe keine Fragen dann würde ich das gerne abschliessen das Gespräch Herr Zegelser nochmal Ja wunderbar Herzlichen Dank Merci viel Mal für das Gespräch Sehr informativ aber Bobby hat es vorhin gesagt manchmal auch so neuchter gedünkt irgendwie haben wir uns gewünscht auf einen grüneren Zweig zu kommen wo wir nicht gekommen sind aber auf jeden Fall ist es ich hoffe für euch auch sehr interessant zu hören die verschiedenen Stimmen die wir alle am Podium hatten und ja ich kann nur sagen ich rede für dich sicher auch Bobby wir drücken vollgas weiter mit uns ins Beste für dass wir das Nachtleben hier in der Stadt Bern oder eurer Agglomeration oder für den Kanton Bern entsprechend weiterziehen und die Rahmenbedingungen so gut wie möglich weiterentwickeln Merci vielmals jetzt haben wir noch teuren Alkohol das ist nicht billiger Alkohol Bobby willst du noch das ist von euch gell nur musst du etwas sagen ja ja das ist unser eigenes Wodka wir haben gedacht an Flaschen wie ist für gar nichts im Nachtleben und es wäre doch ein Liter also der hat auch noch einen Moment und ja lasst es schmacken ist gut dass wir ein bisschen klarer sehen und man darf nichts anwählen wo man nicht in einem Tag kann suchen das kann ich nicht schmacken schmacken